Entschuldigen Sie! Haben Sie... Tut mir leid, ich werde nicht... Könnte ich... Ey, was geht? Haben Sie... Das war eine gute Intro. Ja, das war nice. Wow! Hallo YouTube! Ähm, ich hab... früher eine Armbrust gehabt. Und... Und hab meiner Schwester eine Salzstange in den Arm eingeschossen. Aber das hat glaube ich auch fast nicht geblutet. Bombadown bei mir. Bei Dragon Law. Ist Dragon Law? Ja, in Dragon Law. Ist die Bombadown. So heißt der Gang hier. Achso. Äh, da wo Gelb ist. Ich hab Asgaban totgemacht. Oh mein Gott! Leonie. Schade, Leonie. Das ist Dragon Law. Siehst du Dark Souls? Guck mal hier, die Dragon Law. Ah, schade. Also links neben dir ist dieser riesige Drache an der Wand. Oh, Nasty, hab ich dich mit meinem Fettmuggelkörper geblockt oder wie? Sorry, Mann. Okay, ich hab nichts gesehen. Du wolltest sagen, dass ich einen Astralkörper hab, ich weiß. Ah, no. Achtung. Nasty, ich zeig dir... Äh, ich mein... Semi, Achtung. Merk dir ruhig die Flash. Schenk ich dir. Guck mal, die Nate. Merk dir die nicht. Die ist nicht gut. Achtung. Okay, Nasty. Oh. Keine Sorge, er hat's verstanden. Hast du Asgaban gesagt? Heftig. Hey, Jan. Ja, bitte? 2 vor A? Natürlich, Nasty. Brauchst du noch einen Flash oder Smoke oder so? Fire in the hole. Pass auf, Alarm. Ah, scheiße. Oh mein Gott, Nasty. Nasty, ich hab komplett gekackt. Ich bin unter deinem Gewicht abgerutscht. 2 Alarm. Ey. 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 Und ich war halt grade dann in der Zeit, wo ich selbst dann auch Geld langsam hatte, war ich halt so, dass ich mir riesige Mengen gekauft hab. Wirklich unglaublich riesige Mengen. Die mach ich euch weg, keine Sorge. Öh. Äh. Also das war jetzt mit Absicht so geschossen. Achtung, pass auf, pass auf, pass auf. Bam, Alter. Gehen die jetzt echt weg von mir? Nee. Okay, Achtung. 360 hab ich schon mal gemacht. Er schaut kaum gleich. Er macht sehr dumme Geräusche. Nee, ich hab nicht schöne Geräusche gemacht. Aber dieses Jahr wird bei irgendwas anderes knallen. Ich fang gleich raus. Hallo. Hallo. Nee, ist die, der Team-Trainer. Hallo, Achtung. Konzentrationen, Männer, wiederkommen. Und Frauen. Der ist aufs Zeit. Der Racklet. Der Racklet, klar, ja. Oh, den hab ich auch angehebt. Ein weiterer Gegner übrigens noch übrig, ne? Ach so. Ah, ist Demi. Der ist wahrscheinlich auf A. Der macht da irgendein... Demi macht irgendein so ein Backstep auf A. Leise. Alter. Alter, Corks, Holtrud, was that? Heavy, lost, weich. Sorry, ich hab das gesagt. Also, ich hab grad gedacht, hä, warum schießt mein Mate jetzt auf mich? Okay, okay. Mensch, Hede. Oh, shit. Am besten machen wir Pump-Only, oder? Ich glaub, die Pump-Only-Runde füllen wir alle. Ach so, warte, hast du genug Geld? Ah, nice. Ja, komm ich zu dir auf Long. Pudding, geh da mal hoch, Pudding, geh da hoch, geh da hoch. Geht alle da hoch, alle da hoch. OP-Move, OP-Move. Ja, kommt alle hoch, Alter. Ich warte hier. Ich lauf weg. Ich lauf weg. Ich lock's da an. Da kommt Sliissel, Achtung. Nein, da ist es an. Du nicht noch? Nein, wir müssen ran. Nice. Er aided mich noch. Nice. Das Leon-Berg noch, pass auf. Sanse, das ist Leon hier, Sanse. Du musst dich killen. Wenn ich mich hier duck, sehen die mich, glaub ich, auch gar nicht. Nein, das ist... Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. What? Ein paar Chicks und so. Fortnite, ein paar Chicks und so. Rap Style von den coolen Kids. Weißt du, ein bisschen Fortnite, ein paar Chicks? Wie ist das? In DM gehen, vielleicht noch. Labello kaufen. Ich mach dann erstmal wieder meine möchtliche CS-Pause, letztes Game vom 1-Rank auf dem neuen ... also ich mach jetzt einen mit Negev weg, wahrscheinlich wirds Askaban sein einer ist hier closer als bei uns, auf Long Matrix liegt in der Acker, der Matrix Der ist drin, der ist drin, der ist drin, Askaban hat keine Chance gegen meine Negev Ich hab nur daran gedacht und dann wurde es die Wahrheit Ach, tun wir, tun wir, tun wir kaufen? Ah, wir kaufen! Alter, Nasty hat mir ne Autosnipe geholt, okay Nasty, danke Ja man, mir dafür kein Kevlar Danke Nasty, du bist wirklich ein guter Typical Demdem Dem, 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 ich kotze im Strahl Later! Loll Wäsch doch wie es ist Later, later, easy proper Raider So macht man das Ah, Demi wieder, der ist wieder irgendwo So, der seilt sich gleich über uns ab und knifet uns Ich komm nicht, wir stehen irgendwo hinten und warten und so Alles gut Fasst euch bitte an Leonie wird euch anfassen, Obacht Leonie, du hast Oh 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 Wer, du hast die Ere Geht jetzt aber bei Geht jetzt aber bei Geht jetzt aber bei Mach dich weg Wer kann die Raum Alter, warum schießt mich Leonie ab? Hey Houston Houston, I have Houston Weißt du, so ein Originalspruch von Apollo. Houston, I have Houston. Du bist so direkt aus der Rakete rausgeschossen, Alter. Later. Houston, I have Houston. Okay, Dark Souls. Drei, zwei, eins. Houston. Ah, Stiesel. Nicht mit mir. Nicht mit mir, du steh. Ja, Mann. Boah. Alter. Letzter B, letzter B. Soll ich sprennen? Nein, Leonie. Leonie ist, ja. Das war heftig. Alter, das war heftig, Leute. Ich hab, seitdem du das gesehen, Alter, das war ein Cheatshot bei mir. Holla. Alter, what? Oh mein Gott. Ich dachte, da ist doch bestimmt einer, dass... Smoke, weißt du, aber wahrscheinlich nicht. Ich schieß mal rein. Der mir erwischt. What the fuck? Scheiße. Oh, sorry, Sanse. Alter, Sanse, das hättest du eben sehen müssen. Das war absolut insane. Ich hab's geklippt. Jan. Ah, ja, komm. Ist ja intern. Ist doch intern. Wir haben's Geld gehabt jetzt gar nicht mehr rein, Alter. What the fuck? Was kaputt, ich nassse dich. Ich war auf seinen zweiten. Oh, nee. Oh, mein Herz. Oh, gut. Ich hab grad meinen Kopf gescheit. Sag dich doch, komm mal hier in die Runde. Ja, ja, ja. Und, und, und. Dachsholt, kannst du mir was droppen, bitte? Dachsholt, Dachsholt, Dachsholt. Lige Acker. Acker, Acker, Play. Ey, könnt ihr mal bitte, ey, 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 nicht so durcheinander, weil wir müssen... Können wir wieder auf A gehen? Wir verlieren. Okay. Okay. Kombi ist jemand, der auch so ein bisschen... ...kantelig ist. Ein bisschen. Manchmal. Aber meistens so straight. Auf das Objektiv. Es wäre schon wie, hallo? Oh, ja. Warte, sonn sich für ein Stein. Nein, nein, Leonie. Ah, das ist Asgaban. Ja, ah, ist besser. Ich mag A. Ah, ist cool. Ich kann nicht mehr schlafen. Oh mein Gott. Got'em, Dipp. Got'em. Die stehen da zu zweit. Later. Xantarius. Later. Nein, Sebastian. Alter. Ja, voll. Weg gemacht. Weg gemacht. Ja, Mann. Leid, ich bin zufrieden. Also, nicht schlecht hier. Neue Baby-Secret. Sie whispers. Just to you. 22 Uhr Livestream. Ich bin zufrieden. 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 Ich bin zufrieden.